Ein Audi A4 steht hier zum Verkauf. Die schwarze Limousine ist fünftürig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 82.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Ende 2009. Die Limousine verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Navigationssystem, Einparkhilfe, Tempomat und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der Benziner eine Leistung von 179 PS an ein Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,1 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017